Ja, mein täglicher Lagebericht heute wieder aus dem Stabsraum hier vom Freitag, 20. März 2020. Die positiv getesteten Menschen im Landkreis, die Zahl ist gleich geblieben. Wir sind weiterhin bei 12. Was sich heute erhöht hat, das sind die Menschen, die unter Quarantäne gestellt worden sind. Wir haben 201 Personen, die unter Quarantäne gestellt worden sind. Darunter unter anderem auch zwei Schulklassen der Grundschule in Bunde. Was heute auch per Erlass vom Land gekommen ist und per allgemeine Verfügung von uns heute dann auch rausgeschickt worden ist, ist, dass die Restaurants geschlossen werden und dass kein Betrieb mehr in diesen Restaurants dann stattfindet. Nähere Informationen finden Sie immer auf unserer Homepage. Und ich verabschiede mich dann. Einen guten Abend und eine gute Nacht wünsche Ihnen.